Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes and Generals. Ja, die bleiben mal bei ihm. So, wir sind wieder in einer Schlacht. Gucken wir uns diesmal anstellen. Oh, die kenne ich sogar noch. So, wir steigen hier mal ab. Oder aus. Das kenne ich sogar noch. Das ist vielleicht nicht ganz so nah da dranne stehen. Oder sind wir die Chance haben zu sehen. Wir haben diesmal sogar Panzer. Nehmen wir das Ding jetzt hier nur ein, ja. Sehr gut. Muss ich da dranne stehen, um das mitzubekommen? So, drauf sind wir. Oh, das ist gesperrt. Oh, ich glaube, wenn wir jetzt über die Brücke fahren, kriegen wir natürlich auf die Fresse, oder? Oh, so einer. Was? Ich bin gestorben? What the fuck? Holy crap. Das ist halt so nervig, ne? Dass du von den Fliegern so penetriert wirst. Das brauche ich mir gleich zu tun, oder? Oh, siehste? Was schon auch nicht mehr mitgekriegt. Oh. Ich dachte, da läuft der, ne? Oder lief einer? Wenn ich auf die Insel komme... ... und hat da geschossen. Oh, ich will bloß auf die Insel wiederkommen. Da sagt mir, da ist ein Feind, aber ich seh keinen. Na, ich seh keinen. Die eine Maid von uns ist da drüben auch gestorben. Ich werde jetzt da gut rüber gehen. Um zu gucken, ob wir da helfen können. Naja, die werden schon wieder bombardiert, unsere Jungs. Ohne Ende. Da ist da nicht rein. Warum nicht? Oh, da ist einer. Oh, krass, Alter. Was wurde denn noch getroffen, Alter? Ich bin ein Arsch, ey. Oh, Leute. Aber was werde ich denn getroffen, Alter? Was ist das? Ach, ein Panzer. Ja, ist klar. Langweilig. Ach, war dasselbe, ne? Scheiß Panzer, ne? Da ist schon wieder ein Panzer da hinten, oder? Natürlich. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wo haben wir denn einen Tank? Don't be worried, we have a tank. C zum Schützen. Aber hier ist... Oh, da mal. Wo kann ich hier schießen? Wo kann ich hier schießen? Wo da ist eben nicht. Da ist es dann irgendwie Futter. Da fliegt das Flugzeug drüber. Ach, komm, steck an. Das habe ich mir jetzt gerade gekauft, dass ich halt immer das Fahrzeug habe. Ähm... Was ich ziemlich schade fand, dass ich diese Option nicht auswählen konnte, ob ich es wirklich kaufen möchte oder nicht. Das war halt einfach so. Und fertig. Ach, fick dich. Doch, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Boah. Dass da immer und immer wieder ein Panzer durchkommt, das ist einfach so nervig. Da ist schon wieder was eingeschlagen. Muss ja von da kommen. Hä? Wie, wir haben... Ach, E3. Schau, dass ich auf die andere Seite nicht rausgucken kann. Ach, ist schon wieder ein Panzer, ey. Und da springen wir lieber, Alter. Das ist einfach so nervig, wie er für nur Spawn-Camping getrieben werden kann. Das ist einfach so abgefuckt, ey. Arsch. Eher wie ein Rommel, dass solche Leute halt auch spielen können, ne? Da muss ich mal Schaden gemacht, der Typ. Naja, jetzt ist ein Panzer. Muss ich dagegen machen? Ich kann da leider nicht spawnen, das ist kicke, ey. Aber dafür wird unser 9.1. Aber das ist ziemlich auch so. So wie leider keiner schickt. Jetzt haben wir es wieder noch. Noch. Haben wir es wieder. Ich gucke, ob ich von der Seite vorankomme. Ah, hätte ich da doch darüber in der Nähe spawnen sollen. Doch, halt nicht so lange. A2 wird schon wieder angegriffen. Weniger geil. Krass, dass die Deutschen halt immer noch so krass in Führung sind. Obwohl die halt, die haben 1, 2 und wir haben ein paar mehr eigentlich. Wenn das so ist, für die Eingenommenen werden uns ja nicht angezeigt. Da gehört ja nun einiges zu uns. Ich lasse jetzt mal zu 0.1 und dann mal gucken. A2 wird schon wieder angegriffen. Nervig. Ich hab den Bonus Sprint da drin, aber irgendwie lädt sich der Sprint echt langsam auf. Keine Ahnung warum. Man bekommt gewisse Perks, die man beim Sprinten oder beim Nachladen oder beim Granatenwerfen bekommt. Ähm, bei höherer Schussgenauigkeit oder sonst was bekommt man das alles. Und ja. Oh, wir die nehmen A2 ein. Aber ich würde jetzt eigentlich zu 0.1 und nicht vorstellen können, dass ich da was machen kann, großartig. Aber hier wird wahrscheinlich wieder nur eine Panzergeburte sein. Woran ich kein Interesse habe, oder woran ich kein Interesse habe, sagen wir mal so. Ich kann eh nichts dagegen anrichten. Kampfpanzer, was soll ich da machen? Feind in Sicht. Ja, die Jungs machen das genauso wie ich. Wir probieren jetzt das Ganze zu umlaufen. Mal gucken, ob ich damit glücklich werde. Ach, da in den Häusern sind die wahrscheinlich drin, so wie es aussieht. Ja, natürlich sehr Kanonenfutter hier, dieser Urzug. Oh, von da kommt auch einer. Ich glaube, diese Meldung Feind in Sicht bekommt man, wenn die anderen den sehen. Also man muss die nicht unbedingt marken. Wo das halt auch super interessant wäre, was passieren würde. Wie man die marken müsste. Ich gucke mal gerade, ob ich noch was sehe hier. Ah, doch, da sind zwei angeblich. Okay, die sind weg. Ja, der ist da noch. Oh fuck, das ist der nächste... Ja, ja, doch, du bist mal kurz. Hä? Von ihm wurde ich jetzt geholt? Wie geht das? What the fuck? Wie ging das jetzt? Schwierige Sache jetzt hier. Das war ordentlich erfasst, da wo ich gestorben bin gerade. So ein Fahrzeug. Das war gut gemacht, Junge. Da sind welche. Mal gucken, Fahrzeug oder nicht. Getötet habe ich ihn. Der ist schon mal weg. Also schlecht. Oh, tödlich ist da auch einer drinne. Ach, Kacke. Und da kommen jetzt natürlich die Leute rein. Ah, ist das scheiße. Nehmen wir es gerade ein. Das heißt, wir müssen runter. Und da ziemlich schnell. Beziehungsweise ziemlich zügig. Das ist der nächste Feind. Und wenn der jetzt irgendwo im Haus sitzt, ja, habe ich nicht die Karte. Irgendwer da drunter hockt irgendwie. Die Linie ist halt immer noch einer, ne? So, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Oh, da scheint er da drin zu sein. Die blaue Markierung ist weg. Ich bin ja gerade auf den konzentriert. Und dann schießen. Puh. Zwei Stück habe ich jetzt geholt. Oh, das war mein Mate. Boah, habe ich gerade erschrocken. Die Geräusche, die er gemacht hat. Ja, ich gucke, ob ich hier rumkommen kann. Ohne, dass jetzt da jemand auf mich wartet oder so. Das. Ne, jetzt zwei. A3 wird schon wieder eingenommen, so wie es aussieht. Ja, 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 A3. Da ist ein Fahrzeug jetzt gerade bespaut. Und? Gut, zwei mitgegeben. Der lebt nicht mehr. A01 wird eingenommen. Und hier war gerade noch ein Fahrradfahrer. Ah, da kam noch einer. Fuck. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Oh, hier haben wir aber echt viel verloren mittlerweile. Krass, man kann halt nicht überall sein. Na, das ist halt schwierig. Na, das ist halt schwierig. Die Sachen zu verteidigen. Wir haben Panzer von uns. Stahlgitterbrücke, Nummer 01. Sonst, keine Ahnung, was bedeutet. Ach so, was nervig ist aber auch. Ich weiß, ich weiß, das war früher ziemlich op, hier oben zu sein. Aber da war die Map ein bisschen kleiner, auf der wir gespielt haben. Oh, hier startet, was ist einer von uns? Kannst du sagen, ich starte ein Fahrzeug, aber es ist einer von uns. Oh, der wurde gleich mal hart drangenommen. Hä, hab den jetzt nicht getroffen? Nicht ein einziges Mal, what the fuck? Warum das nicht? Krass. Krass. Oh, krass. Oh, krass. Das Ding mit einem Schuss einfach hoch. Hm. Hab ich gar nicht, wieso ich mir überhaupt Schaden zugefügt habe. Ich würde mich in diesem Fahrzeug spawnen. Ich weiß nicht. Wenn da so viel Action abgeht. Okay, wir brechen mal ab und spawnen einfach am Spawn. Macht die Sache ein bisschen einfacher für mich. Dann hast du die E3 halt einfach nicht bekommen, das ist mir schade. Dass die uns so hart hier beschäftigen können und auf der anderen Seite halt auch noch, ne? Das ist halt ziemlich schade. Der ist weg. Früher konnte man sich die Waffen von denen aufnehmen. Mittlerweile geht das leider auch nicht mehr. Aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Keine Ahnung, dass es nicht mehr funktioniert. Schade eigentlich. Der rattert da nur hart. Da ist auch einer. Ich kann von hier auf sich sehen. Da ist auch hier ein Fahrzeug. Der dann hart auf die Eier geht. Äh, läuft er noch. Äh, wir müssten sie jetzt endlich überrennen. Das Fahrzeug ist weg. Oh, krass. Wie viele Schüsse. Wir brauchen für einen. Ich krieg dafür nichts. Okay, E3 nehmen wir ein. Oh, bitte jetzt mich nicht überfahren. Wäre nett. Da ist mal alle rein hier. Eine Handgranate fallen lassen. Das ist ein Fahrzeug. Das ist aber bestimmt nicht unser, oder? Das ist nicht unser Panzer. Doch, ist er. Reingenommen? Die Punkte? Jawohl, ist ja gut. Jetzt ein weiterer Punkt. Weiterer Punkt. Offen. Wir werden halt auf der anderen Seite zurückgedrängt. Ja, ich geh lieber mal zu Fuß. Also mit Fahrrad. Oh Gott. Wo ist er? Da ist er. Wo war der? Ach, der liegt genau hinter uns. What the fuck? Warum kann ich E3 jetzt? Oh, nein. Warum haben wir das denn geopfert? Ist doch gar... Krass, dass man halt auch in verlorenen Gebieten nochmal spawnen kann. Finde ich ziemlich cool. Also, nicht direkt in den Gebieten, aber in der Nähe der Gebiete. Die nehmen uns dann immer noch ein. Wir müssen uns dann mal unsere Mates durchkämpfen. Mal durchschlagen, einschlagen, wie auch immer man das nennen möchte. Feind gesichtet ist da. Was schießt denn da schon wieder? Oh, lol. Gott, der ist genau neben mir gespawnt. What the fuck? Wie ging das denn? Der ist genau neben mir gespawnt, der Dude. Oh, natürlich vor dem Herrn. Oh, wir nehmen es doch ein, oder? Irgendwie ja. What? Was? Wie? Der hockt im Stroh? Jetzt mich verarschen, Alter. Äh, nein. Ich will da jetzt gerade nicht hin. Hä? Ich konnte doch da gerade noch. Oh, komm schon. Hat der im Stroh gehockt, der Wichser? Wenn wäre es ja ziemlich asozial gewesen von dem Typen, ey. Vor allem, es wurde doch 3-0 angezeigt, dass da drei Leute von mir sind. Da war ja keiner. Wow, das muss ja definitiv ein Anzeigefehler gewesen sein. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, tauchen können wir nicht. Oh, aber das ist doch schon wieder ein Panzer. Es ist schon wieder ein Panzer, ey. Das ist so nervig. Einfach so nervig. Ey, ich darf da jetzt spawnen. Herzlichen Glückwunsch. Wieder und einer gleich neben mir. Ja, ich würde gerne O2 einnehmen. O02 oder whatever. Was mir jetzt gleich passiert wie ihm. Der Wichser hängt 100 pro immer noch in einem Heu fest. Bei dem Stroh. 100 pro. Der Wichser. Ey, nix. Ja, hier rechts von der Sessa. Oh, ich seh den auch nicht durch die Tür. Keine Ahnung, wo der hockt. Aber ehrlich gesagt, ich versuche, wo er uns schießt. Ah, wo hockt der jetzt immer noch in seinem Strom? Scheiße, da war auf jeden Fall gestorben, die Redaktion. Scheiße. Warum erwischt denn immer mich, Mama? Das nervt. Das ist immer mich erwischt. Da auf der Brücke ist einer. Da ist noch einer. Ach, fick dich doch. Der wirft eine Bombe nur für mich, ey. Heilige Scheiße ist das behindert, ey. Holy Crap, ey. Dann weiß ich, warum ich Mates nicht spawnen kann. Ja, von rechts weg beschossen, oder? Oh, hier ist ein Fenster. Jetzt hat er durchschießt und war alle am Arsch. Alter, ich hab fast geschossen auf dem Mates. Da ist er. Der kommt jetzt rein, denke ich. Was? Ach, komm. Ich hab mich am ersten Mal gar nicht gehittet, ey. Scheiße. Warte, warum haben wir das jetzt wieder alles verloren? Hä? Verstehe jetzt nicht. Die Punkte können wir sowieso fast vergessen. Wohl für den Arsch. Oh, ist das der Panzer weg. Lädt mich! Was ist das denn? Was soll denn der Quatsch jetzt sein? Jetzt haben wir die Punkte alle wieder verloren. Was soll denn der Quatsch? Ja, hier hockt, hier hockt noch keiner drin. Ach, komm. Aber ich verstehe nicht, warum haben wir die Punkte verloren? What the fuck? Kann ich nicht nachvollziehen. Mir irgendwie zu hohl. Gerade. Warum hat keiner ein Fahrzeug? Ich muss die Zeit zeigen. Dann lass ich die Pläne da. Oh, voll Mongoii. Wie greifen die jetzt da den Punkt an? Really? Oh ne. Warum? Warum ist das so schwer? So, steigen. Die hocken 100% alle nur im Haus. Und warten, ob wir nur reinrennen. Sag ich ja, die sind alle im Haus. Das kann doch nicht wahr sein. Wir kommen gerade kein Stück weiter. Wir kommen gerade tierisch aufs Maul. Warum kann ich nicht da lang fahren? Rutsch mal. MP-Spezialist? Ich habe keine, ich habe nicht mal eine MP. What the fuck? Ach komm, fickt euch doch. Ich sehe die nicht mal. Keine Ahnung, woher die kommen, ey. Und wir verlieren auch noch die ganzen Punkte hier. Die haben gleich wieder gewonnen, wenn es so weiter geht. Hier sitzt einer dran. Da wird mich verarschen, ey. What the fuck? Das ist geil, das ist ja auch, ich komme mit dem Fahrzeug, wenn ich mich jetzt in meinem Auto da spawnen lassen würde. Dann würde ich nicht mal ansatzweise da irgendwie hinkommen. Aber E3 nehmen wir jetzt endlich wieder ein. Ich verstehe halt nicht, warum wir die anderen alle verloren haben. Das ist unbegreiflich. Kumpel, bremst mal ab hier. Danke. Ach, hier hat er schon wieder einen Panzer, oder? Ja, war einer von uns. In dem Haus scheint aber keiner drin zu sein, irgendwie. Also dem zumindest nicht. Oh, lol, ich bin tot. Ach, fickt dich doch. Lol. Wie kommen die denn jetzt schon wieder da rein? Oh, nee. Ja, Verzögerungsstrafe. Ja, kacke. Ich dachte, ich kann durchs Fenster werfen, aber man kann leider durch keine auf den Fenster schießen. Pech gehabt. Wow, von so weit weg spawn ich. Warum? Bano verloren. Ja, die gewinnen gleich wieder, weil wir alles verlieren. Und das ist halt das letzte Ziel, das was die brauchen. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist mir hier nicht. Ach, nö. Gut, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.